Fertig? Los! Die Rudenanzeuge Hab ich Ja Bei mir ist ein Fleckmann zum stacken Das war zu wenig Nichts war das Ich habe einfach alles Nice Schön, dass ich da rein bin, ne? Ja, ich wollte eigentlich unten steilen eigentlich Das war so schön grad Ich wollte unten tatsächlich nur steilen Ich habe wieder meine attack Äh Drauf, ne? Damit mache ich wesentlich mehr Schaden Alter Ich habe gesagt, du gehst ja wie eine Rakete ab Ich habe aber wieder andere Medaillen drauf gemacht Hat schon Level 6 Für fast so viel Lena Das ist brutal Ich habe Ey Hahahaha Uff Junge Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe Jetzt kann ich Äh Oh, weh alter Grausi, hi Alles klar bei dir? Das können wir bei den Gegner nicht sagen Ich komme direkt runter Ich bin schon Level 9 Und das macht mich alleine, ja? Allein, alle Wie gesagt, außer das Montag ist es Ist alles okay So, achso Ja, super Ja, super Danke, alter Danke Was waren wir für eine Aktion? Von den beiden Ja, achso Die sind durch Okay Es hat einfach nichts gebracht Die zwei So sinnlos Ne, da bin gleich da Und ich glaube, die hat geregelt Die zwei sind so useless gerade, ne? Oh, Lena hat Stress Oh, Lena hat Stress Da müssen wir jetzt unten mal punkten Wir müssen jetzt unten mal punkten Ey, die sind so zähle wahr, ne? Ja, das heißt, sie einsam So einsam ist es gar nicht Ich wurde ja vorhin auch einsam gelassen Von den anderen beiden Entschuldigung Ne, von dir Von diesem Mach, äh, mach schon mal Und Achso Entschuldigung Ja, das ist auch Sack da oben Ja, die sind alle oben Ich bin halt schon dreimal drauf gegangen Warum gehen die jetzt in die Mitte? Die zwei sind so useless, ne? Na, crap, alter Das ist auch nicht hier zurückgezogen Boah, die old war wieder auch mal best zu vernehmen Boah, ist ziemlich schlecht Boah, sind die kacke Wer meinst du? Unsere zwei Achso Ja Achso, ja Oh, Lena ist reingesprungert in den Tod Ja Lena hat sich geopfert Warum auch immer Der Nutella sagt jetzt, äh, Danny Du bist, glaub ich, Startswand Nummer eins von Rio Ich hab's auf 13 geschafft Oh, wow Keiner Ohm Kein Dubach mit Salena Ja Das machen wir mal, wird gleich drauf gehen Warum sind jetzt alle oben? Mario Ja Schade Was sind das ich glaubt? Geh halt wieder drauf Keiner da war von denen, ne? Ja, meine ziemlich langsam Reaktion halt, ne? Wahnsinn Ich bin grad ranked, aber das sind ja grad Leute Die kannst du knicken Fantastisch vor allem Ich kann mal wieder nicht zum abgeben Ich kann mal wieder nichts umgeben Das ist meine Ulti, aber soweit gereicht hat, ne? Anders wild. Hab ich schon gesagt, dass mich jetzt grad ein paar jagen, aber ich in die andere Richtung gehe. Ja, ich komm nicht weg. Da sind vier gewesen. Ich hab's gleich noch mal meine Ult voll. Da bist du schon herkommen. Lena, du gehst dann runter. Geh du runter, Lena. Hier unten? Alles unten. Da ist der letzte Fight. Ich komme! Ich komme! Fantastisch! Alter, aber ich bin echt wie ne Glaskanone. So schnelle ich doch und gehe damit. Schaden, Junge. Hundertstiexke. Bis zum nächsten Mal.